Es geht einfach um die Frage, warum zum Beispiel die Bundesregierung für eine solche kriminelle Bude in China lobbyiert hat, obwohl sie wusste, es gibt da heftige Vorwürfe. Es geht um die Frage, welche Rolle Geheimdienste in dem Skandal spielen. Es geht um die Frage, warum die großen Wirtschaftsprüfer, die Beratungsunternehmen, die auch immer wieder große Aufträge der Bundesregierung bekommen, die Bilanzen abgenickt haben. Und insofern ist das einfach schon ein massiver Skandal. Es geht um einen Börsenwert von 20 Milliarden Euro, der einfach mal weg ist. Und ich finde, so ein Finanzkrimi ist immer ein Fenster in unserer Zeit. Also als wir über Lehman Brothers gesprochen haben, da kam die Finanzkrise und wir sehen die Auswirkungen bis heute, weil ich glaube, auch Donald Trump wäre in den USA undenkbar gewesen, ohne die ganzen Leute, die dann in die Trailerparks, in die Wohnwagensiedlungen gezogen sind, die ihre Häuser verloren haben. Das hat ja was gemacht in der Politik auch. Und ich glaube, genauso bei Wirecard ist das ein Fenster in unserer Zeit. Weil es geht nicht einfach nur um Wirecard, sondern es geht darum, dass so viele, die Story von Wirecard geglaubt haben, dass das so ein innovatives, tolles Unternehmen ist, weil sie gesagt haben, wir machen irgendwas mit Internet. Wir wickeln Zahlungen im Internet ab. Und wir stehen vor einem ganz heftigen Umbruch im Finanzmarkt. Das Unternehmen wie Facebook mit über 2,7 Milliarden Kunden, wenn man die ganzen Apps und so dazu zählt, die wollen auch in den Finanzmarkt. Die wollen mit unseren sozialen Profilen Geld machen. Und da entstehen natürlich Megaschattenbanken dann, die sind viel größer als die Deutsche Bank. Da ist die Deutsche Bank dagegen Kindergeburtstag. Und insofern geht es hier eigentlich auch um die Zukunft, sage ich mal, der digitalen Wirtschaft, des Bezahlens. Und es geht auch um wichtige Fragen für die Demokratie, nämlich wie mächtig dürfen diese großen Konzerne werden, die eben so große Datenmengen auch über uns einsammeln.